recht herzlich willkommen zur 72 folge von towns letztes mal haben wir eine kupfermine gebastelt hier unten können wir sie auch sehen die ist erfolgreich zugange wohl müssen gucken oben haben wir noch ein lager gebaut ob das auch bedient wird da ist jetzt noch nichts drin kann aber auch sein dass es noch werden muss auf jeden fall haben wir gesehen dass hier rüstung gebastelt werden das ist auch gut können wir mal schauen ob wir die hier auch anbieten können die letzten vier da waren ja helme bei dem müssten mal gerade was anziehen dann mal gucken ob es auch passiert okay der erste helm rustplatte getauscht sogar okay wunderbar schuhe an ja sieht gut aus oder okay und der eine hat vielleicht den ausgezogen keine ahnung auf jeden fall ist das was besseres geworden das sind 1150 schaden das sind 1036 schaden auch noch welche sowas tauschen könnten sie sind alle durch weil bestimmt haben ja schon bessere rüstung irgendwo als holz sind sie natürlich damit beschäftigt ich bin dass wir das nicht gerade verstärken ich sehe jetzt allerdings nichts das getauscht wird ja die beiden sind immer noch barfuß muss man schon überlegen dass man die holzrüstung nicht zerstört aber vielleicht kommt man hinter dann verkauft man die dem wenn er so haben will gut war ist noch nicht drinnen wird aber wahrscheinlich auch gleich direkt verarbeitet das kann auch sein das machen unsere wände hier oben die ist schon komplett fertig dann schmeißen wir die nummer an hier gucken ob das so passt schiff dass du sehr schön gewesen machen wir auf jeden fall so machen und das gut machen wir die zimmer schon mal fertig hier und da geht es bis da so da haben wir mit holz zu tun unser holz haus wird dann fertig rüstungstechnisch ist jetzt hier nichts gewechselt worden das heißt da muss noch rohstoff geholt werden oder sowas ne 34 20 ok holz wird gerade produziert um da oben die mauern zu machen da wird eine gelbe kugel geholt und noch eine das heißt die produktion läuft auch aber da reicht wohl nicht eine kugel da müssen mehrere mal gerade was das lager ist da ist es wird auch weniger ok dann ist es gleich schon wieder müssen wir aufpassen dass wir genug material haben kupfer wird auch geholt frage ob hier etwas produziert wird mal gucken warte mal wir haben vier helden da haben zwei vier sechs sieben zimmer ok das ist also noch kein problem hier oben haben wir auch schon grüne kugeln was denn in diesem lager gewünscht achso solche sachen ok sollten wir vielleicht noch ein lager aufziehen für die gelben kugeln hier oben grün wird auch geholt wird die waffe mitgemacht oder die rüstung ist gemacht der holt aber noch eine kugel da ist bestimmt dieser diese waffe dann da dran oder ok der hat er auch schon reingelegen goblin spear der schwer ist es ist die frage ob sich einer denn da raus der holz ist gerade das haupt thema das ist auf 17 runter gegangen hier sind noch so sachen drum herum wo ich jetzt nicht weiß was das werden soll hier sind auch sachen die eco sachen sind das eigentlich die frage ne was ist es kann man das irgendwie sehen indem man drauf klickt nicht wirklich schade ja essen wie sieht es mit essen wieder aus oh ne da sind die rote füllen abflumbieren ist etwas schwach mögen die ja glaubt ganz gerne ne jetzt haben wir die erstmal wieder alle dabei da ist ja noch eine kerze am stehen warte deko war das das war die mit dem tupenkopf ne ja diese die können wir mal hier entstellen damit die vielleicht von da nach da transportiert auch licht im wald kann sein dass wir einen angriff haben sieht so aus oben mal ein größerer aber eigentlich sind wir ja gut ausgerüstet sollten wir definitiv schaffen und wann sie loslaufen naja jetzt geht so los ok er ist da weg kommt jetzt einer hin einer ist ein bisschen schwach obwohl der eine hat es auch schon raus oder was hier kommen sowieso gerade viele vorbei weil wir ja die äpfel gesagt haben das war jetzt hier aber schon ein harter trocken da ist noch ein slime der flüchtet oder sah das jetzt gerade aus alles gut gelaufen glaub ich denke wir sind schon alle geschichte oder ja würde ich mal sagen gut happiness 19 gucken dass wir das höher kriegen hier schon fertig oder wie sehe ich das ich ganz zwei vier stück fehlen ja rüstungen liegen sogar hier rum schuhe auch da hatten wir noch zwei die keine schuhe haben haben die schon welche die haben sich irgendwie holzschuhe genommen klicken wir die nochmal an dass sie sich vielleicht was besseres holen vor allem hier diese holzrüstung könnte getauscht werden holzhose ist auch getauscht worden roten boots aber besser wie keine ja gucken wir dann läuft auf jeden fall hier ist kein kupfer zu sehen zwei stück noch ne drei wird also auch dran gearbeitet alles gut könnte ein bisschen mehr aufgeräumt sein wenn wir hier nochmal so ein lager hin in grün hier für die grünen schleim da läuft das da drunter weiß ich nicht ach so da sind nur perlen drin da machen wir die gelben da rein das ist zwar jetzt unten gefährlich ein bisschen aber ich glaube das kriegen wir hin haben wir eigentlich gute waffen denen jetzt schon mitgegeben aber das andere lager hätte ich auch noch gerne gehabt unter was läuft das denn unter was läuft das warte hier unten ist doch eins und dann meine stockpile und wo sind sie äh ne ach hier unter farbe lief das ne ach ne das doch nicht da ist er und den blauen können wir da auch rein machen den gelben ne das ist farbe wo ist denn da ist er gut gut 6 60 ja fast 100 gehen da rein und in zwei farben wird es dann noch werden gut gut da wurde eine grüne perle hingebracht ok funktioniert erstmal hier liegen nur die holzrüstung die spider ridge werter sind schon über und da liegen auch welche den grünen stock kommt schon einmal genommen da liegt doch da sind die roten riefstern also hosen gut ok happiness 20 irgendwie grad nicht mehr ja wir haben ja ein paar sachen angestoßen die die machen mussten da waren die nicht ganz happy vielleicht drüber aber geht ja ich würde jetzt sagen gucken wir mal beim essen rein rote 3 äpfel und birnen sind genug da also vongern tut hier keiner passt erstmal hier diesen grünen schleim überall den können die mal aufräumen da oben reinbringen weil das haben wir ja gesagt zwei sind schon drin wenn das dann mal aufgeräumt ist vielleicht steigt dann die happiness auch ne ja gut ok aber ich würde mal sagen für die folge soll es wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss